Hallo, mein Name ist Susan Freuzheim. Ich bin Beweisführerin des Mediums und gebe seit vielen Jahren Jenseitskontakte. Über meine Facebook-Gruppe schenke ich Hinterbliebenen Menschen die Möglichkeit, eine Frage an mich zu stellen, die ich dann hier in diesem Format beantworte. Wenn du auch eine Frage hast, dann bitte stelle deine Frage in meine Facebook-Gruppe, damit ich wirklich die Chance habe, diese nacheinander abzuarbeiten. Dankeschön. Erika schreibt, Also, hier sind verschiedene Informationen in diesem, es ist wie immer nicht eine Frage, also nur in den wenigsten Fällen inkarniert die Seele neu. Das heißt, dass deine Mutter quasi neu inkarnieren würde. Aber selbst wenn sie inkarnieren würde, dann wäre sie dennoch als deine Mutter für dich erreichbar. Das heißt, du hast immer die Chance, mit dem geliebten verstorbenen Menschen in Kontakt zu sein. Was ich aber hier auch lese, ist, du schreibst, dass das letzte Mal der wissentliche, für dich bewusste Kontakt 2007 stattgefunden hat. Und nochmal, was wir nicht verstehen, ist, wir haben einfach Erwartungen, wie dieser Kontakt auszusehen hat. Und wir verstehen nicht, dass sich über die Jahre, über die Zeit auch die Kommunikationsform verändert. Das heißt, es geht von Zeichen hin zur Kommunikation. Wenn ich aber als Mensch diesen Weg nicht mitgehe oder verpasse oder auf bestimmte Zeichen warte und damit im Endeffekt die nächsten Schritte verhindere, dann bekomme ich auch nicht mehr die Zeichen, die ich erwarte, weil diese vielleicht jetzt auf der feinstofflichen Ebene sind, weil diese vielleicht auf der mentalen Ebene sind, weil ich vielleicht eine Stimme höre, weil ich vielleicht Bilder sehe, diese aber dann nicht dem Verstorbenen zuordne. Deine Mama ist immer noch ansprechbar. Deine Mama ist nicht inkarniert. Und wenn, dann ein anderer Seelenanteil und nicht der Seelenanteil, der deine Mutter ist. Das heißt, du hast immer noch die Chance, mit ihr zu arbeiten und zwar intensiver als je zuvor, weil jetzt das Bewusstsein natürlich auch ein anderes ist. Aber nochmal, die Hauptkommunikation findet auf der mentalen Ebene statt. Und wenn du wirklich sie so sehr liebst, das heißt, du wirklich das Durchhaltevermögen mitbringst, dauerhaft mit ihr zu arbeiten, dann hast du auch die Chance, sie dauerhaft in deinem Leben überall wahrzunehmen und auch von deiner geliebten Mutter Tipps und Hinweise für deinen Alltag zu bekommen. Nein, sie ist nicht inkarniert. Sie ist noch da, wo sie ist und sie ist jeden Tag bei dir. Aber es ist jetzt an dir, liebe Erika, wirklich zu verstehen, dass sie an deiner Seite ist. Miria schreibt, nach zwei bis drei schwierigen Jenseitskontakten hatte ich im März einen wunderbaren Kontakt mit einem Medium. Es war unfassbar schön und stimmig. Mein Sohn war so präsent wie zu Lebzeiten. Wenn ich jetzt nochmal einen Kontakt möchte, was tue ich dann? Gehe ich dann zum selben Medium? Oder wähle ich lieber ein anderes, was dann vielleicht noch nicht so bekannt ist? Mein Wunsch besteht darin, weil mein Sohn sich gut zu unserem gemeinsamen Leben zu erkennen gegeben hat, aber nichts dazu äußerte, wie er an unserem jetzigen Leben teilnimmt. Das heißt, du hast quasi nur Informationen zu seinem vergangenen Leben erhalten, aber nicht zu dem, was im Moment mit dir und deinem Sohn passiert. So verstehe ich die Frage jetzt. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine ehrliche Einschätzung. Liebe Miriam, dein Sohn ist in der geistigen Welt. Das heißt, du hast hier schon mal ein sehr schwieriges Thema, weil Eltern, die ihre Kinder verlieren, sind immer in einem Ausnahmezustand. Für uns Medien ist es nicht ganz einfach, in diesem Ausnahmezustand einen vernünftigen Jenseitskontakt zu geben, weil die Erwartungen auf der einen Seite extrem hoch sind, auf der anderen Seite aber auch manchmal die Trauer oder die Schwere der Hinterbliebenen so stark ist, dass der Jenseitige, also vielleicht auch das Kind, nicht immer die Möglichkeit hat, das durchgeben zu können, was es wirklich durchgeben will. Das nun mal ganz vorab. Aus meiner Sicht brauchst du kein Medium. Es geht also nicht darum, jetzt nochmal 15 Jenseitskontakte zu geben, sondern aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du jetzt anfängst, selbst mit deinem Kind in Kontakt zu sein. Weil jedes Mal, wenn du jetzt zu einem Medium gehst und es ist egal, welches du nimmst, ob du jetzt wieder dieses Medium nimmst, wo du schon mal warst oder gehst nochmal zu jemand anderem, hast du immer wieder das Problem, dass da eine Erwartungshaltung aufgebaut ist und wenn diese dann nicht erfüllt wird, dann gehst du nach Hause und gehst quasi in die Schwere und damit hast du überhaupt keine Chance, deinen Sohn wahrzunehmen. Und bitte verstehe doch, dass die jenseitige Kommunikation nicht einem Medium vorbehalten ist, sondern dass es wirklich darum geht, dass du diese Kommunikation selbst durchführen kannst. Nur wenn du bereit bist, wirklich täglich mit deinem Sohn zu arbeiten, wirst du ihn auf Dauer auch für dich überall wahrnehmen können, wirst du auf Dauer mit ihm kommunizieren können. Und du wirst auf Dauer verstehen, dass du niemanden brauchst, damit du mit deinem Sohn jetzt und hier leben kannst. Dein Sohn nimmt an deinem Alltag teil. Und es ist schade, dass das Medium, obwohl du schreibst, dass du so viele Stunden bei diesem Medium warst und es alles so stimmig war, normalerweise zeigen die Verstorbenen gerade an, was in dem jetzigen Leben passiert, weil das ist der Beweis, dass der Verstorbene das in diesem Leben mitbekommt. Weil wenn die Verstorbenen nur erzählen, was in der Vergangenheit war, also vor dem Tod passiert ist, dann PS kann das auch komplett aus deiner Aura gelesen sein. Dann ist das nicht der Beweis, dass der Verstorbene da ist, weil das hast du alles mit diesem Verstorbenen erlebt. Der Beweis ist dann gegeben, wenn die Informationen aus der geistigen Welt so gegeben werden, dass du sie vielleicht sogar am Anfang nicht verstehen kannst, nicht nachvollziehen kannst und dann vielleicht die Hinweise für dich findest und damit weißt, ach, stimmt, mein Sohn nimmt tatsächlich an meinem jetzigen Leben teil. Wenn Beschreibungen kommen aus deinem jetzigen Leben, nach dem Tod, wo du wirklich weißt, okay, das hat stattgefunden und da war auch der Gedanke, die Idee, mein Sohn ist dabei, sodass du für dich quasi die Puzzleteile wieder zusammenlegen kannst. In meinen Jenseitskontakten zeigen die Verstorbenen ungefähr 10 bis 15 Prozent immer Informationen an, die der Hinterbliebene nicht weiß. Und das machen sie nur, damit der Hinterbliebene wirklich sicher sein kann, dass die Information wirklich aus der geistigen Welt kommt. Ein schönes Beispiel war eine Werkzeugkiste, eine hellblaue Werkzeugkiste, die ein Vater seiner Tochter durchgegeben hatte und die Tochter wusste nichts von dieser hellblauen Werkzeugkiste. Und der Vater sagt, es gibt diese hellblaue Werkzeugkiste und da sind noch zwei bis drei Werkzeugstücke von ihm drin. Ich glaube, es war ein Hammer oder irgend sowas. Sie hat damals gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Werkzeugkiste und ich habe ihr damals gesagt, er sagt, du wirst diesen Beweis finden. Zwei Monate später traf sie ihren Onkel und er hatte im Auto diese Werkzeugkiste in hellblau mit diesen Werkzeugstücken, also mit diesen Werkzeugen von ihrem Vater. Verstehst du, das sind Beweise, dass du wirklich weißt, die geistige Welt ist da. Ja, das passiert im Moment. Sie nehmen an meinem jetzigen Leben teil. Und nicht nur das, was vorher passiert ist, weil das kann alles auch aus der Aura gelesen sein. Carmen fragt, liebe Susan, begleiten mich meine verstorbenen Eltern jeden Tag? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wieso höre ich sie nicht? Liebe Carmen, ich glaube, ich habe dazu gefühlt schon 100 Videos gemacht. Das Problem sind die Erwartungshaltungen. Natürlich begleiten deine Eltern dich. Alle Verstorbenen, die du so sehr liebst, sind natürlich auch immer um dich herum. Aber nicht in dieser Zeitvorstellung, wie wir es hier haben, dass sie 24-7 jede Sekunde neben uns stehen. Aber in dem Moment, wo du an deine Eltern denkst, sind sie bei dir. Und vielleicht fällt dir sogar auf, dass etwas passiert. Du schaust vielleicht auf ein Bild und schon sind sie bei dir. Das heißt, sie geben auch Hinweise, dass sie da sind. Und warum du sie für dich nicht wahrnehmen kannst, ist ganz einfach, weil du fest Vorstellungen hast, vielleicht aus anderen Facebook-Gruppen, vielleicht von dem, was andere erzählen, wie dieser Kontakt von deinen Eltern spürbar, hörbar oder sehbar sein sollte. Und über diese Erwartungen senkst du automatisch deine Energie. Und dann kannst du nicht mehr unterscheiden. Und dann kriegst du diese Informationen so nicht, wie du sie dir vorgestellt hast. Du schreibst, du hörst sie nicht. Ich bin mir sicher, du hörst sie. Nur du kannst im Moment das Gehörte nicht von deinem Verstand unterscheiden. Das heißt, wenn deine Eltern mit dir reden, dann hörst du zwar deren Stimme, aber du denkst es in die Erinnerungen. Und was, wenn das nicht so ist? In meinen Ausbildungen und die dauern zwölf Monate und die dauern noch zwölf Monate, weil es einfach Zeit braucht, dass jeder Hinterbliebene für sich versteht, okay, ich muss hier wirklich jeden Tag dranbleiben, um zu verstehen, wie die Kommunikation mit der geistigen Welt läuft. Wenn du es einmal gehört hast oder du verstanden hast, deine Eltern reden mit dir, dann hörst du deren Stimme. Aber das heißt nicht, dass du sie täglich hörst, weil dann kommt der Verstand rein und sagt, das geht nicht. Und schon gehen die Türen wieder zu. Das heißt, es bedarf einfach einen großen Aufwand, super viel Liebe, wirklich diese Kommunikation zu erlernen. Aber du hast die Chance. Du schreibst geliebte Eltern. Also nutze sie. Gehe und arbeite mit ihnen und lerne diese Form der Kommunikation für dich kennen, sodass du sie überall, auch im Alltag, überall für dich wahrnehmen kannst, überall für dich sehen und hören kannst und dass du mit ihnen leben kannst wie früher. Tanja schreibt, Liebe Susan, ich würde gerne wissen, ob mein Sohn Kontakt zu mir und zu anderen vorausgegangenen Seelen, also zu anderen Verstorbenen der Familie, also aus ihrem Kreis hat. Und sie hofft natürlich sehr, dass ihr Sohn nicht einsam ist. Liebe Tanja, Ich darf dir sagen, dass natürlich dein Sohn Kontakt zu allen vorausgegangenen Verstorbenen hat, die er kennt oder aber auch nicht kennt. Das heißt, alle Menschen, die jetzt in der geistigen Welt sind, die zu deiner Familie gehören, Freunde, Bekannte, Verwandte, die ihr so sehr liebt, die vielleicht deinen Sohn als Kind kennengelernt haben und auch so sehr liebten, die hat er alle schon getroffen. Die sind auch bei ihm. Das heißt, sie unterstützen ihn auch in der Kommunikation. Aber noch eins, dein Sohn ist auch der Schlüssel zur geistigen Welt. Das heißt, über die Kommunikation mit deinem Sohn, zum Beispiel, wenn du diese Kommunikation führst, zeigt er in der geistigen Welt deiner Familie, deinen Ahnenreihen an, wie sehr sie auch die Möglichkeit hätten, mit dir jetzt auch zu kommunizieren, in deinem Leben auch zu sein, dir Hinweise und Tipps für dieses Leben zu geben. Also dein Sohn ist nicht alleine. Das Gefühl, was es in dir macht, also dieses Gefühl der Einsamkeit in dir, ist, dass über die Trauer deine Energien abgesenkt werden und du dich damit wie abgeschnitten fühlst. Und das macht das Gefühl der Einsamkeit. Das ist aber nicht die Realität, weil dein Sohn, deine Familie steht neben dir. Nur, wenn du dich in diesem, was automatisch passiert in der Trauer, wenn du dich in diese Energie reinziehen lässt, wenn du dich in dieses Gefühl der Trauer, der Schwere, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, wenn du da reingehst, dann bist du automatisch in dieser Hilflosigkeit, dann bist du automatisch in diesen absenkenden Energien. Dann fühlst du dich getrennt von der geistigen Welt, obwohl sie da sind. Gib deinem Sohn die Chance, mit ihm zu arbeiten. Wenn du ihn so sehr liebst, wenn du ihn so sehr vermisst, nutze die Möglichkeiten, die es gibt, um mit ihm zu arbeiten, um nicht nur seine Zeichen zu verstehen, sondern auch die komplette Kommunikation mit deinem Sohn aufbauen zu können. Das wird dir in diesem Leben sehr viel helfen, weil die geistige Welt liebt es, uns auf unserem Weg zu unterstützen. Sie geben uns darüber die Möglichkeit zu verstehen, dass alles einen Sinn hat, selbst dann, wenn wir diesen Sinn für uns überhaupt nicht verstehen können.